Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Kaffettschalen. In dieser Folge sprechen meine Mama Nathalie und ich Arzor darüber, ob das eigene Heim bereits Urlaub sein kann, wie das eigene Wesen und Gewohnheiten in Beziehungen miteinander wechselwirken und halten fest, dass die Liebe ein Orkan ist. Holt euch ein Kaffettschal, macht es euch gemütlich und viel Spaß beim Zuhören. Hallo Mama. Hi mein Schatz. Wie geht es dir? Ja gut, ein bisschen müde bin ich, aber da du jetzt Zeit gefunden hast, mit mir einen Kaffettschal zu trinken, geht es mal blendend. Ich nehme mir immer Zeit, mit dir einen Kaffee zu trinken. Immer unter Anführungszeichen. Unter Anführungszeichen, ja. Wie war es in Bosnien? Ja, war gut, aber dadurch, dass jetzt meine Eltern immer, also Oma und Opa da sind, ist das immer mühsam für mich und ich sage es dir, ich stelle immer wieder fest, ich bin schon langsam müde, immer zwischen zwei Ländern zu pendeln und ja. Auf jeden Fall habe ich zum lieben Gott gesagt, im nächsten Leben will ich an einem Ort leben und ich will keinen Koffer besitzen, ich will nirgends wohin gehen, nur dort bleiben. Ja, auch Dinge zu schleppen im Urlaub, ich finde das so unnötig. Lieber habe ich dann zu wenig und weiß, zur Not kann ich mir irgendwas kaufen. Keine Ahnung, ich habe jetzt Zahnbürste vergessen oder so. Als wenn ich aus Sorge, ich habe irgendwas vergessen, so drei Koffer mitnehme und dann eh nur drei Sachen davon trage. Das Packen ist schlimm aus dem Grund, weil, glaube ich, also ich habe meistens das Gefühl, ich vergisse irgendwas. Und dann hast du es, dann hast du deinen Koffer, dann denkst du, ja, passt, super. Und dann kommst du, was wir sehen, nach fünf Tagen, nach acht Tagen, nach drei Wochen, nach Monat, wieder zurück nach Hause und dann musst du wieder auspacken und wieder waschen. Und dann stellst du fest, dass du manche Sachen gar nicht angezogen hast, aber dadurch, dass die im Koffer waren, gehören sie wieder in die Wäschmaschine. Und dann wird gewaschen, getrocknet, gebügelt und dann ist eh der Flay vom Urlaub schon hin. Wäschst du Sachen, die du im Koffer hattest, aber nicht getragen hast? Ja. Ich wasch die nicht. Wie? Nein, ich habe sie ja nicht getragen. Schatzi, aber die waren ja die ganze Zeit im Koffer. Ja, aber ich räume meistens die Sachen aus dem Koffer raus. Aha, in dem Apartment oder im Zimmer dann raus und... Weil da meistens ist da irgendein Schrank oder so, weil ich weiß ja, das soll ja nicht unbedingt drinnen liegen. Weil dann muss ich es ja nicht waschen. Also ich hätte nie daran gedacht, dass ich ungetragene Sachen dann waschen muss. Alles, ich tue alles waschen. Wenn ich zurückkomme, tut Mama alles von mir, von Papa alles, gehört in die Wäschmaschine. Nein, ich weiß nicht, das ist so eine Gewohnheit. Keine Ahnung. Und eben, und das mit dem Urlaub habe ich auch festgestellt. Weil eigentlich solltest du dir dein, meiner Meinung, sollte jeder sich so sein Zuhause, wo er überwiegend Zeit verbringt, so gestalten, dass es wie im Urlaub ist. Das ist wie du gesagt hast, wenn du dann zurückkommst und die Rückreise war dann so stressig, du stehst dann im Stau, du hast irgendwas vergessen, dann geht diese Urlaubsenergie, die du getankt hast, wieder verloren. Anstatt, dass das Zuhause, in dem du eh überwiegend lebst, schon so eingerichtet ist, dass du Energie tanken kannst. Das habe ich schon recht früh gesagt eigentlich, weil es auch sparsamer ist eigentlich, du musst ja weniger Geld ausgeben. Mir geht es in erster Linie nicht um das Geld, sondern ich habe jahrelang, jahrelang mich selber analysiert, meine Freunde beobachtet. Mach diese Euphorie, erstmal bei der Arbeit, Urlaub, Urlaub eintragen, Urlaub eintragen, dann buchen, dann schauen und dann fliegst wohin oder fährst oder gehst. Und dann die Anreise oder Rückreise kann gut sein, kann auch problematisch sein, wie auch immer, aber dann kehrst du wieder in dein Umfeld, wo du arbeitest, wo du deine Familie hast, Freunde, wo du bist. Und dann bist du nicht mehr so fröhlich, du lachst nicht mehr so viel, du nimmst alles in deiner Umgebung nicht so schön wahr. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ist das mit dem Urlaub nicht eine Falle für uns alle? Weil 365 Tage, oder? Ja. Und wenn du denkst, dass du manche Menschen für diese vier Wochen, fünf, sechs Wochen Urlaub im Jahr, dass sie dafür leben, ja, ich arbeite, ich kann es kaum erwarten, dann fliegen wir nach Griechenland oder nach Ägypten oder da oder da. Aber ich frage mich in letzter Zeit, vielleicht kommt das auch mit meinen Jahren. Weil du ja so alt bist. Schatz, Mama wird ja bald 50. Ja, die Mitte des Lebens, das erste Anfang. Danke, liebe Zurufe. Danke. Aber ja, ich habe mir dann gedacht, oh mein Gott, ja, vielleicht sollte man in der ersten Linie schauen, wie man diese 300 Tage im Jahr verbringt. Ich weiß, dass es jeder nicht kann und dass es bestimmt Tage gibt, wo es einem nicht gut geht. Aber ich weiß nicht, man soll schon schauen, dass man sein Leben, wo man immer ist, dass das einen erfüllt. Ich glaube, es wird auch voll oft so, nicht eingeredet, aber es ist schon ein bisschen das Bild da, ja, im Urlaub, da kannst du machen, was du willst, da bist du selbstverständlich nicht erreichbar. Das ist so diese Pause, wo jeder weiß, okay, das ist deine Pause. Und ich glaube, Leute im Alltag, die nehmen viele Dinge so ernst und setzen, glaube ich, diese Grenzen da nicht so, dass sie sagen, okay, jetzt mache ich das, weil es einfach gerade mir gut tut. Weil Urlaub ist so dieser Begriff von, okay, da geht es nur um meine Erholung. Und ich glaube, Leute erholen sich in ihrem Alltag nicht bewusst. Die setzen sich dann vor den Fernseher, die gehen dann irgendwie essen, was auch wieder eine Belastung für den Körper ist, zum Beispiel, wenn du dann wieder irgendwo hingehen musst, wieder irgendwas essen musst, wieder immer irgendwas machen sollst, was du glaubst. Ich muss das jetzt machen. Oder was Erholung verspricht, aber gar nicht so erholsam ist. Darüber habe ich heute nachgedacht, weil du weißt, wir haben in Bosse, in meinem Elternhaus, haben wir ja keinen Fernseher, und zwar schon seit ein paar Jahren. Ich vermisse es auch nicht, wenn ich unten bin. Und jetzt, wenn ich wieder zu Hause bin, ich schalte das Fernseher nicht ein und ich denke mir, hey, ich schlafe so gut. Und ich stehe ohne Wecker auf. Und dann habe ich mir heute überlegt, diese ganzen Schlafstörungen, wo die Menschen sagen, sie können nicht schlafen und so überwiegen, habe ich mir heute gedacht, kommt das nicht von zu viel Fernsehkonsum, zu viel Fernsehschauen? Es gibt Ehestudien, die sagen, dass man zwei Stunden vor dem Schlafen gehen eigentlich keine Bildschirme konsumieren sollte, also anschauen sollte und auch keine Musik hören sollte. Echt? Weil das nachweislich bewiesen ist, dass Menschen, die vorher Musik hören, vor dem Schlafen gehen, einen viel unregelmäßigeren Schlafrhythmus haben und auch viel seltener tief schlafen. Und dadurch ist der Schlaf nicht so erholsam. Hm, dann könnte es mit dem zusammenhängen, weil wenn wir keinen Fernseher schauen, weil wir keinen haben, oh ja, das stimmt, so gegen Abend bist du mit deinen Arbeiten am Hof fertig, dann liest du was oder trinkst ein Glas Wein oder sitzt beisammen, dann kommen Nachbarn, du redest, unterhältst dich und dann, so um der Zähne bist du im Bett normalerweise. Also bei uns jetzt unten, wenn wir keinen Fernseher schauen. Und das stimmt schon, also ich schlafe so gut dann, ich bin am nächsten Tag so erholt. Sag mal, Schatzi, wie geht es dir so? Gibt es Schnuckis? Entschuldigung. Du kennst deine Mutter, ich muss das fragen. Weißt du, ich will ja Enkelkinder. Gut, dass das ja meine Entscheidung ist, ob ich Enkelkinder haben will oder nicht. Nein, nicht, dass ich Kinder habe. Mit den Schnuckis, ja. Ich suche halt nicht, ich habe aufgehört zu suchen. Und seitdem bin ich so befreit. Ich merke einfach, ich weiß nicht, manchmal fühle ich mich so ein 80-jähriger Opa, ich schwöre auf mein Leben. Ich bin so, ich will nur meinen Seelenfrieden. Das heißt nicht, dass ich nicht aktiv sein will oder so. Ich will einfach nur Ruhe, so eine innere, einfach gechillt sein. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich merke, auch mit meiner Schilddrüse, wenn ich so in Ruhe bin und so entspannt bin, dass es mir auch körperlich voll gut geht. Und dass ich merke, wenn ich viel mit Leuten zu tun habe, wo es auch emotional für mich anstrengend ist, dass das voll auf, ich merke das richtig an meiner Schilddrüse. Die ist dann so angespannt und ganz, ich merke dann so richtig, dass ich dann richtig bewusst atmen muss zum Beispiel. Ich sagte eins, mein Schatz, Mädels, bitte meldet euch, ihr könnt euch auch bei mir melden, Nathalie. Na, Spaß. Jede nette Person, die attraktiv ist, callt mich, ruft mich an. Schatzi, wenn dich Liebe erwischt, dann ist es wie ein Orkan. Ja, ich glaube auch nicht, dass Liebe kein Orkan ist. Ich glaube nur, dass viele Leute auch Beziehungen eingehen, weil sie eine Vorstellung von Liebe haben und das gar nicht spüren, sondern sie sehen das woanders und glauben dann, ah, ich brauche das auch. Ach so. Dieses Bild von Liebe, aber du kannst ja nie, ich glaube, weil Leute immer so sagen, Empathie, dies, das, dass man richtig irgendwas nachempfindet, ist richtig selten. Und deswegen sagen auch viele Leute, ja, du musst Dinge erstmal erleben, damit du es wirklich empfinden kannst. Und ich glaube, so ist es auch bei Liebe. Du kannst nicht irgendein Paar nehmen, das anscheinend voll die glückliche Beziehung hat und dann glaubst du, ah, okay, wenn ich das habe, das ist Liebe und ich suche mir das und das ist dann bei mir auch so. Ich glaube, das ist, jede Personenkonstellation ist anders und wie du sagst, Liebe ist ein Orkan, das spürst du. Also sollst du nie wegen einem Bild machen, ich finde, das ist ganz wichtig. Das sollst du richtig auf deinen Körper hören, das ist so ein Gefühl, so eine Emotion. Ich glaube, das Verkehrte ist, auf die anderen zu schauen, weil die jetzt zusammen sind oder jemanden haben, muss ich auch. Das ist ein Druck, da bin ich nicht dafür. Ich glaube, für jeden Menschen gibt es denjenigen, der für ihn früher oder später bestimmt ist. Nur man muss es oder man sollte es dann auch, wenn man es erkennt, wahrnehmen und zulassen, weil sonst geht es vorbei. Das stimmt, man muss auch offen dafür sein. Ja, und dann kommt die andere Möglichkeit oder die Chance und dann heiratet man vielleicht auch, kriegt Kinder mit der Person, aber man hat die eine gehen lassen. Glaubst du wirklich, dass es diese eine Person für einen gibt? Ich bin sehr davon überzeugt, dass es die eine Person für jeden Menschen gibt, aber genauso denke ich, dass es sehr, sehr viele Beziehungen auf gegenseitiges Aufeinander zugehen, gegenseitiges Verständnis, gegenseitige auch Liebe basieren. Das muss dann nicht mit der eine Person dann bis zum Ende sein. Ja, Beziehungen entwickeln sich ja und Menschen entwickeln sich. Du kannst ja nicht, zu jedem Zeitpunkt ist die Person dieselbe, sie entwickelt sich im besten Fall ja weiter. Du weißt ja, meine Mutter, deine Oma ist am Dienstag gestorben und Opa am Freitag. Das sind drei Tage dazwischen und das ist Liebe, die war einzigartig in jeglicher Sinne. Aber desto trotz, wie gesagt, ich glaube schon, dass es die eine gibt für jeden Menschen, wo es wirklich passt, wo der Kern gleich ist. Aber genauso gibt es sehr viele, die leben lang miteinander, leben in einer sehr netten Kommunikation, Beisammensein, Familien. Ich glaube sogar, dass es mehr solche gibt, als die, die wirklich diesen einen treffen, das Glück haben, mit dem dann auch zu bleiben und leben lang verbringen können. Leute gehen ja auch Kompromisse ein in Beziehungen. Ich glaube, wenn du Personen triffst, ist ja oft auch Zufall, du triffst einen Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt in einem bestimmten Ort und es passt, sagen wir einmal, zu 80 Prozent. Und dann bleiben halt 20 Prozent übrig, so ein paar Ungereimtheiten, kleine Unterschiede. Und ich glaube, wenn man dann bereit ist, darüber zu reden und das gemeinsam einen bestimmten Weg geht, dann sind die 20 Prozent auch egal. Ja. Aber ich glaube, wenn es nur 40 Prozent sind, dann ist es halt schwierig, also dann so 60 Prozent zu kompensieren. Ich weiß nicht, was du davon hältst, wenn Leute dann sagen, sie warten auf etwas Besseres. Das finde ich zum Beispiel richtig schlimm, weil wenn ich schon das Gefühl habe, das passt nicht, aber ich mache das halt gerade, weil es gerade nichts Besseres gibt, das finde ich richtig schlimm. Ja, diese, wie du sagst, Kompromisse. Ich glaube, jeder von uns auf dieser Erde, jeder Mensch hat so seinen Kern. Kern sind für mich Charakteristiken, die einen Menschen ausmachen, Charaktersache. Wenn dieser Kern mit der anderen Person zustimmt, und da sind 80 Prozent, und 20 Prozent sind zum Beispiel, mein Gott, ich ziehe mich gern schick an und her, der läuft immer in gleichen Sachen herum. Oder ich gehe ja, was weiß ich, nebenbei ab und zu gern tanzen, aber er mag das nicht so. Das sind so diese Gewohnheiten. Mit denen kann man sich arrangieren. Aber wenn mir zum Beispiel, mein Kern ist sehr sozial, ich kann zum Beispiel in Bosnien oder irgendwo auf der Welt, tut es mir leid, wenn ich höre, dass ein Kind nicht zum Essen hat. Es tut mir leid, wenn ich sehe, dass die Hunde irgendwo rausgeschmissen werden und einfach im Stich gelassen werden. Und wenn jetzt mein Partner, dein Vater nicht dasselbe Empfinden hätte in dieser Richtung wie ich, das wäre schwierig für mich. Das ist, was ich auch meine, glaube ich, was ich gemeint habe mit diesem Gefühl, wenn man weiß, dass es passt, wenn man so diese Wesenscharakteristiken, wenn die übereinstimmen. Wesenscharakteristiken, genau. Weil das spürt man, man spürt, Energie ist so ein esoterischer Begriff in dem Kontext, aber du spürst es, wie Leute mit anderen umgehen, ob das für dich passt, ob du auch so mit Leuten umgehst. Ich finde nichts Schlimmeres, als wenn ich Leute und Personen kennenlerne und merke, die gehen mit Personen ganz anders um, als ich das mache. Und dann merkst du richtig, boah, oder wie sie, zum Beispiel jetzt das mit den Hunden, wenn du jetzt zum Beispiel eine bestimmte Meinung hast, zum Beispiel, ja, der Hund gehört gerettet, weil voll süß und so, und die anderen bist dann so, ja, was interessieren mich Tiere. Dann bist du so, okay, das ist irgendwie blöd dann. Zum Beispiel, ich habe diesen einen Hund gesehen, glaube ich, es war Welpe auf der Straße, wir sind nach Hause gefahren und ich habe zu meinem Mann gesagt, zu meinem Vater habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht Abendessen, ich muss in den Supermarkt Hundefutter kaufen, ihm in Futter und dann kann ich wieder essen. Er hat mich sofort verstanden, ist mit mir losgefahren. Ich hätte zum Beispiel persönlich ein Problem damit, wenn er gesagt hat, das ist mir egal, das ist mir egal, so auf das will ich hinaus. Das müssen die 80 Prozent sein oder 70 und diese 30 oder 20 sind Gewohnheiten. Mir ist aufgefallen, dass diese Gewohnheiten dann irgendwann mal stärker gewichtet werden. Ich glaube, dass Personen am Anfang vielleicht diese Wesensunterschiede ignorieren, sagen, okay, ich bleibe jetzt in der Beziehung einmal und dann überwiegen irgendwann mal die Gewohnheiten. Und man sagt, ja, wir haben ja schon so viel zusammen erlebt. Man merkt es dann an Paaren, die richtig lange schon zusammen sind. Zum Beispiel bei meinen Großeltern habe ich das gemerkt, ich habe voll lange darüber geurteilt eigentlich, was nicht gut ist, wie diese Liebe ist. Ich habe über diese Liebe geurteilt und gesagt, ja, wie kann das sein, dass die sich mögen, die sind ja so unterschiedlich. Und dann, als wir dann dort waren zu Weihnachten, habe ich gemerkt, wie viele Gewohnheiten sie teilen durch dieses gemeinsame Leben so lange. Und dass sie zusammen diese Nachrichten schauen und dann das zusammen beurteilen. Und das sind dann so Gewohnheiten, die dann über diese Wesensunterschiede darüber hinausgehen. Aber dafür ist dann, glaube ich, wie notwendig oder wichtig, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, dass Anfang vor der Beziehung die Liebe ist. Er hat meine Mutter gesehen und er hat alles vergessen. Er wollte damals, glaube ich, nach Australien auswandern, mein Vater. Hatte schon, das war in den 60er Jahren, hat schon Visum gehabt und alles. Und dann hat irgendjemand, die waren da in Salzburg. Und irgendjemand hat gesagt, ja, ganz eine fesche Frau ist in Salzburg, die arbeitet. Ich glaube, bei Peters Keller sogar, dass die da gearbeitet hat, meine Mutter. Und dann hat er, und sozusagen keinen, wie sagt sie in eurer Sprache, keinen lässt sie in der Nähe kommen. Sie ist hard to get. Ja, okay, gut, was immer das heißt. Schwer zu bekommen. Ah, und mein Vater, ja, war sehr gut aussehen. Das war mit allen ausgerüstet, was man damals gesagt hat, das ist ein Mann. Und er sagt, na, er muss da jetzt hin. Und er hat meine Mutter gesehen und er hat Australien und alles vergessen. Und ich glaube, seit 1969 waren die dann unzertrennlich. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, da spielen verschiedene Faktoren auch eine Rolle. Aber wie gesagt, ich finde, worauf Leute wirklich achten sollten, sind intuitiv diese Gemeinsamkeiten im Wesen. Und Gewohnheiten, das ist ja wandelbar dann, das ist variabel. Also Gewohnheiten kann man ja verändern, zusammen gemeinsame Gewohnheiten entwickeln oder auch einfach andere Gewohnheiten auch akzeptieren. Das kommt mit den Jahren, Schatze. Das kommt dann mit den Jahren. Aber wie gesagt, ich glaube, manche Leute spüren das nicht, gehen dann Beziehungen ein und diese Gewohnheiten reichen dann mit der Zeit. Weil das merkst du, wenn Leute eigentlich schon länger zweifeln. Und dann kommen so Sachen wie, ja, wir sind ja schon lange zusammen, wir machen ja immer denselben Urlaub, dies, das, etc. Was auch in Ordnung ist. Ja, das ist auch in eurer Generation. Ich glaube, das ist immer schon so gewesen. Ja, aber wenn ich jetzt mit jungen Leuten rede und die sagen, ja, Nathalie, ich bin schon seit sieben Jahren mit dem zusammen oder seit sechs Jahren und weißt du, wie ich bin, dann sage ich, und was ist mit heiraten oder Kinder kriegen? Du kennst mich. Ich meine, sechs Jahre, sieben Jahre deines Lebens verbringst du mit diesen Menschen und dann willst du noch schauen. Dann sage ich, entschuldige, was willst du schauen? Weil, so wie ich mich kenne, ich lerne mich immer neu kennen. Ich werde jetzt 50, aber es sind immer neue Momente, wo ich sage, boah, das kenne ich jetzt an mir nicht. Ich lerne auch die ganze Zeit. Aber ich denke mir, Garantie, Sicherheit hast du nie im Leben, auch nach 40 Jahren Ehe, auch nach 30 Jahren Ehe. Es gibt Paare, die trennen sich nach 27 Jahren Ehe und gehen die auseinander. Entschuldige, aber ich verstehe es nicht, wenn man sagt, ich bin sechs, sieben, acht, neun Jahre zusammen, aber ich weiß, wir wissen noch nicht. Wir sind erst mal zusammengezogen und dann schauen wir mal, dann schauen wir mal. Das ist keine neue Erscheinung. Unsicherheiten sind was sehr Menschliches. Jede Person ist unterschiedlich, jede Beziehung ist unterschiedlich, aber ich stimme dir da schon zu, ich finde das persönlich auch komisch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich teile mit einer Person sieben Jahre mein Leben und ich will zum Beispiel Kinder und es wäre biologisch machbar. Es gibt ja auch Personen, die können ja keine Kinder bekommen. Leider, ja. Und wollen es, aber können nicht, genau. Zum Beispiel. Dann verstehe ich nicht, wenn man dann mit der anderen Person spricht und die will vielleicht auch Kinder und dass man dann noch wartet nach sieben Jahren, acht Jahren. Wie will ich dich denn noch besser kennenlernen? Also ich meine, du lernst eine Person nie fertig kennen, weil wenn sich eine Person immer weiterentwickelt, kannst du sie nicht fertig kennenlernen. Wie du sagst, auf welchem Punkt ist dann die Sicherheit bitte für dich da, dass du sagst, okay, jetzt können wir Kinder haben? Für mich ist immer, für alles auf dieser Welt, ich habe das immer schon gesagt, man kann auf dieser Welt alles entwickeln. Künstliche Intelligenz, Roboter, alles Mögliche, aber Liebe, Liebe kannst du nicht konstruieren. Liebe kann Berge versetzen. Jetzt muss ich dich leider enttäuschen. Nein. Ich habe eine Reportage gesehen, wo ein Mann, natürlich, sich in eine künstliche Intelligenz verliebt hat. Bitte? Der empfindet das als wahre Liebe. Ja gut, auf das will ich nicht näher drauf eingehen. Ja, aber du hast gesagt, Liebe kann man nicht konstruieren. Anscheinend geht es ja. Nein, nein, warte mal, Schatzi. Er hat sich in diese künstliche Intelligenz verliebt, aber nicht umgekehrt. Künstliche Intelligenz kann sich nicht verlieben. Doch, die sagt dir, ich liebe dich. Ja, okay. Jetzt muss ich nochmal einen Kaffee trinken, jetzt ist man zu viel, Schatzi. Ja, dann sagt sie das, was er hören will. Ja, das ist die Frage, wie die KI programmiert ist. Ja, es gibt, Schatzi, es gibt genug Menschen auf dieser Welt, die leben zusammen in der Partnerschaft. Sie kriegen das, was sie hören wollen, aber anders wird gehandelt. Mein Gott, jeder, wie er meint, ich bin der Meinung Liebe. Und wenn es dich trifft, mein Schatz, ist es wie ein Orkan. Ich würde dann sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Liebesen Orkan, merkt euch das. Wenn ihr bestimmte Themen habt, über die ihr reden möchtet, dann schickt uns gerne eine Nachricht auf Instagram oder auch per Mail. Die Mailadresse findet ihr auf unserem Instagram-Account, einfach in der Bio, wie man so schön sagt. Und Mama, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich freue mich auch. Ciao. Ciao.